Ja ist ja gut Was du lebst noch? Ne steck mit dem Kopf fest Das Spiel ist cool Was willst du eigentlich? Hat dich jemand eingeladen zur Party? Wohl ich nicht Wohl er nicht, ne? Juuuui Ihr seid doch solche Baummenschen oder? Mit dem Kopf durch die Wand so Und den Baum den killen wir auch gleich Ups Ich wette dafür hätte das auch gemacht Wir wollten einen Machtstuf, okay bitte Kaaaaaameee Haaaaaameee Haaaaaa Sack Was willst du? Hä? Was? Was hat dich jemand eingeladen zur Party? So jetzt fickt ihr mal euch gegenseitig Bleibt ruhig liegen genau Oh Kaaaaameee Kaaaaamee Kaaaaameee Haaaa Oh was ist das hier? Die brauchen Hilfe Ups ich hab den falschen genommen Egal das ist doch fair Wow Du kannst aber hochspringen Warte ich helfe dir mal Ich helfe dir mal zum weitesten Sprungrekord Den je ein Wookie gesprungen ist So ähnlich Äh nein was mach ich da Jui ist doch ein paar Kreiselbewegungen Jui Jui Oh ich hab Leben verloren Was zum Kann man das Spiel nicht irgendwie schnell machen? Höhöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö G 동안 Im Egal genieß mal ein bisschen die grafik Ops, der ist hingefallen Da kann man gar nicht die Kämpfe gießen, da kann man gar nicht die Kämpfe gießen, da kann man nicht die Kämpfe gießen, weil es so langsam ist Das heißt, es ist, glaube ich, ein bisschen schneller Auf geht's nach oben Ja, da geht's weiter Oder da ist auch noch was Oder muss ich das mit Kamehameha falsch halten Kamehameha Nee, geht nicht Ah, aber die kann ich Kamehamehameh Haa Ups So, leg dich mal hin Kuschelzeit Und du Kriegst aufs Maul Zack Zack Entweder verkraftet mein PC die Leistung nicht Moment, ich glaube, ich beende mal kurz die Aufnahme und versuche dann die Leistung zu erhöhen, also die Grafik zu vernietigen Auflösung versuche ich mal zu machen Boah, das ist so grausam Erst habe ich den in die Luft geschleudert Und dann mit dem Letterschwert abgeknallt Egal, ich speichere mal schnell Kann ich da speichern? Ja, da ist was Spieloption Okay Weiter geht's Ich habe jetzt die Ich habe jetzt die Auflösung ein bisschen niedriger gemacht Und jetzt hoffen wir mal, dass das mal funktioniert Ich glaube, das müsste gehen Ich glaube, das müsste gehen Nee, ist immer noch so lang Eieieiei HÄ? Das hätte ich nicht in meinen Thronen HÄ? das ist das ich höre jetzt da und so Du 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 Es liegt drauf flüssig, da muss ich mit dem Erschrecken feststellen, dass ich ihn nicht aufgenommen habe Ah, das Spiel läuft schon besser Ja, super Bang Ich habe jetzt die Framerate ein bisschen hinterher gemacht So auf 10 Sekunden Auf 10 Dinger läuft wieder pro Sekunde Ich bin irgendwie der Zones Zack und zack Warte, 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 warte Die schmeiß ich doch glatt weg Zones du bist so Warte, warte, warte Warte, 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 warte Ich glaube das gehört zu Weil das ist der Planetenwetter angegriffen Hier gehts wie lang? Ne gehts nicht Okay wurde gerade zerstört Ich kann noch irgendwie innen, ist das möglich? Komm mal her Okay Warte, für ein Blindplay kann ich das richtig gut irgendwie Oder ist das normal? Ich meine, das Spiel Schwierigkeitsgrad normal Naja, Anfängerfreundlich nehme ich an Und du glaubst das ist schwer Ich bin nur der Tutorial Level Wow Was? Wookie Invasion oder? Warte, hier Okay Okay Primitiv Kann ich da nichts zerstören? Es sei denn noch primitiver als die Evox Was? Was? Du lebst noch? Was? Du lebst auch noch? Wie seid aber? C Oh, glaubst du du könntest überleben? Nein, kannst du nicht Was? Das ist ja geil gemacht Warte, warte, warte Hier bitte Du musst Ihr musst lernen zu zielen Ihr unterschätzt den Herrn Vader Nee? So Nicht wahr Du Wookie, du Ich sag Alter, wie viele Wookie sind denn da? Sind wir etwa auf Kashyyyk oder was? Ja, was sind wir? Oh nein Reicht aber Du komm mal her Du nervst mich schon die ganze Zeit Komm mal her Lass uns reden Warum hast du mich angegriffen, hä? Warum hast du mich angegriffen? Warum hast du mich angegriffen? Jetzt piss dich einfach Habt ihr denn nichts gelernt in euren Jahren? Bei Spooky Glaubst du wirklich, du konntest mich killen, hä? Verpasst du ja nen Röckenschlag Ach, wollte ich grad machen, jetzt gehts nicht mehr Zack Ach, warum springt ihr nämlich denn alles an? Das verlockt mich Bei euch zu packen, ge? Okay Eieieieiei Du kriegst noch eine geschellt Und du Und du kriegst auch eine Warte, warte Okay Da gefällst du mir viel besser Also bis zum nächsten Teil Yo Weiter geht's Bei Let's Play Star Wars The Force Unleashed Wo geht's denn da weiter? Ein Rebellengebäude Oh nein, ist das ein Boss oder was? Was? Der Ton ist viel zu leise irgendwie Was? Du befindest dich in einem Lichtschwerdeparad Drücke hier schnell Yes Mein Gott, ist das ein Anfänger Ups